Spannende Musik Ah, okay! Das ist gut. Da werden wir auch. Dann soll ich das diagonal hinlegen. Dann muss ich das schon 본. So, das ist schon gut. Dann muss ich das noch mal. Dann muss ich das noch mal sehen. Dann muss ich das noch mal sehen. Ich kann das noch mal sehen. Ich will das noch mal sehen. Was ist die Feuerwehr alarmiert worden? Die Feuerwehr Gonskirchen wurde zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person alarmiert. Beim Anfahren hat sich herausgestellt, dass bereits das Rote Kreuz vor Ort war und die beiden verletzten Personen von den zwei Fahrzeugen übernommen hat. Unsere Aufgabe war dann, in weiterer Folge die Unfallstelle abzusichern und eine großräumige Umleitung über die Welser Straße einzurichten. Betriebsmittel auch ausgeflossen? Es sind Betriebsmittel wie Kühlflüssigkeiten ausgetreten. Es waren natürlich sehr viele Scherben und Kunststoffteile auf der Fahrbahn. Nachdem dann die Polizei den Unfallort aufgenommen hat und fotografiert hat, haben wir dann grünes Licht bekommen zum Aufräumen. Sagst du mal einen Namen und deine Funktion? Mein Name ist Martin Grabner, Kommandant der Feuerwehr Gonskirchen. Dankeschön. Perfekt.